Das ist eigenartig, diese Abdrücke, woher stammen die? Ich hab das seit meiner Kindheit. An diesem Kamin hab ich als Kind gespielt. Hier hab ich das Zeichnen gelernt und meine Mutter war meine Lehrerin. Sehen Sie, da, die Rückwand des Kamins. Der Bogenschütze, ich hatte ihn ganz vergessen. Der stammt aus Zeiten lang, bevor wir hier gewohnt haben. Geht es Ihnen gut? Ja, danke. Ein Kaminal. Mein Lieblingsfugel. Ich hätte gern einen, aber ich bräuchte es nicht, über das Herz ihn einzusparen. Nun, dann habe ich etwas für Sie. Ein Kardinal auf der einen Seite. Hier haben wir einen leeren Käfig. Und jetzt? Oh, Sie können zaubern. Zeigen Sie es mir. Das ist keine Zauberei. Wir nennen so etwas Optik. Aus zwei Bildern wird durch schnelle Drehung eins. Es ist wahr. Doch die Wahrheit entspricht nicht immer dem, was wir sehen. Die Wahrheit entspricht nicht immer dem, was wir sehen. Ja, ich bin ein Kamin. Ich bin ein Kamin. Ich bin ein Kamin.